Warum nur 10 Sekunden? Ja, weil du in diesen 10 Sekunden mal nachdenkst, was du hier, ob du das wirklich noch mal machen möchtest. Genau, schäm dich. Das ist schön, der Grimm hat immer so ein Holz-Internet, der braucht immer so lange. Das ist mein PC. So lange. Das ist, auf dem Land gibt es nur Holz, weißt du, oder Stroh-Internet. Das ist, ich habe besseres Internet als früher. Merkt man nicht. Jasin, du brauchst dich dafür nicht entschuldigen. Genau, schäm. Du dich, schreit er hier. Wo bist du? Wo kann ich das denn? Deine dumme Stimme ist so laut, weil du rausgetappt bist. Oh mein Gott, das weiß doch jeder. Ist voll der Tapper. So, ich möchte jetzt was anderes machen. Ich möchte Temperatur wieder machen. Darf ich? Ja. Pass auf, ihr beide kennt das Haus. Nein. Bis zu 50 Prozent dürft ihr jetzt alleine arbeiten. Was heißt bis 50 Prozent Sanity, oder was? Ja. Wir machen es wie eine Art Escape Room. Ihr dürft mich auch drei mal fragen. Wenn ihr irgendwas braucht, dann komme ich zu euch und helfe euch. Roxy, du machst Ansagen. Check it, check. Roxy macht die Ansagen. Roxy ist mutig. Und ich hole dich ab, wenn du es brauchst. Ops, Ops, ganz viele Ops. Guck mal, ich finde den Eingang schon nicht. Daran scheitert es ja schon nicht. Okay, ich muss mir bitte erst mal sagen, was ich bitte mitnehmen soll. Ich habe eine Kamera. Und was noch? Nimm mal EMF bitte mit. Mach ich. Und dann hörst du, wenn EMF irgendwo ausschlägt, passiert irgendwas und du machst Fotos. Aber bitte mach nicht das ganze Buch voll direkt, das wäre schön. Ja. Ich behalte für euch die Tafeln am Auge, wenn ihr irgendeine Information braucht, sagt Bescheid. Wollte bestimmt wissen, wo der Strom ist, oder? Ich weiß, wo der Strom ist. Der Strom befindet sich im Keller. Nein! Ich wollte schon eine Garage. Mann, Mann, und ich sehe diesen blauen Punkt, die Garage läuft auf mich. Oh nein, das wird bestimmt gleich sehr peinlich. Oh Mann, ich beschäme mich so sehr. Oh ne, der ist im Keller. Mordek, seh mich. Der ist hier unten im Keller. Der ist hier unten im Keller. Bist du hier? Der Dromega. Bist du alt? Was? Okay, ich darf nichts mehr sagen. Okay, jetzt rede ich noch mehr. Bist du hier? Schreib in mein Buch. Bist du alt? Bist du ein Kind? Was ist dein Problem? Bist du irgendwie Dromega? Was ist dein scheiß Problem? Bist du hier? Bist du alt? Kann die bitte leiser sein? Ja, vielleicht bin ich zu laut, muss mir mal leiser schauen. Ich hab EMF 3. Bist du hier? Ja, dann mach mal ein Foto von irgendwas. Bist du hier? Ähm, gib mir ein Zeichen. Bist du wütend? Wo bist du? Das war ein ausgezeichnetes Foto, da war nichts zu sehen. Weitermachen. Bist du alt? Bist du jung? Okay, reagiert nicht. Das machen wir zu. Ich würde jetzt mal Dops und Buch holen. Machen wir, äh, ist das eigentlich Profi gerade, oder? Es ist Profi, ihr habt keine Zeit. Ihr könnt, der Geist legt sofort los. Bist du da? Rede mit mir. Komm, zeig dich, sie ist weg. Pfff. Entschuldigung, Roxy. Manchmal funktioniert das so. Ich glaube, er hat gerade was umgeschmissen. Ich hab so gut gehört. Äh, ich war wieder doof. Ich hab wieder keine Temperatur mit liegen lassen drin. Ich hol jetzt aber das Buch. Oh, hier. Ich hab EMF 2. Zeig dich. Hat dir das Licht wieder ausgemacht? Kann sein. Das ist ein Ausschlag von 1. Nee. Alles gut. Äh, wo war das nochmal? Äh. Ach, im Keller steht. Ja. Aber er kann ja wechseln jetzt, gell? Ja. So, warte. Wieso kann der das manchmal nicht hinlegen? Ich versteh das nicht. Jetzt muss ich aber wirklich wegschau. Äh, ciao. Viel Spaß noch. Jasin, ja, machs gut. Danke, dass du da warst. Kennt ihr das Buch? Nichts bleibt begraben. Ja, kann ich. Oh, oh. Ja, okay. Oh, falsch. Bell, machs gut. Bis Sonntag. Morgens und abends. Tschüss, Libby. Sorry, Roxy, tut mir sehr leid. Ja, ist okay. Ich bin Domega zurückgekrochen. Ja. Das kannst du nicht wieder gut machen. Nee, nur mit viel Geld. Das wollte ich sagen, aber das ist sehr gut ergänzt. Sehr gut. Äh, okay. Habt ihr was bewegt? Der hat hier irgendwas. Okay. Irgendwas bewegt er hier. Ich komme. Hier hat der Schaukelstuhl. Oh, ja, mach Foto. Mach Fotos. Da hab ich. Ja. So nah dran gehen, wie geht und dann, ja, Grimm guckst du ins Buch bitte für die Fotos. Ich schau ins Buch. Zwei Sterne. Du warst zu weit entfernt. Äh, Mann, ich bin dumm. Warte mal. Ich komme sofort wieder. Ja, ich will noch ein Kruzifix hinzuschmeißen. Also ich glaube, er ist deine Kopfkamera. Ich bin das Buch. Oh, ja. Habe ich nicht. Ich hab keine. Ja, ich hab's auch vergessen. Mann, hab ich schon. Ich hab... Warum bin ich so doof? Ähm. Ich hab... Kannst du die Kamera gleich mitbringen? Ja, bring ich mit. Mia, super. Mia, super drauf. Vielen Dank für den Follow, schön, dass du da bist. Oh, Mila, Superstar. Danke, dass du dabei bist. Wie viel willst du haben? Du, alles. Oh, Gosrak, hi. Sorry. Das Internet kommt da noch per Fax. Oh, mein Lord. Keiner ist so witzig wie du. Danke, Gosrak. Das hab ich gebraucht. Äh, hast du die Kamera? Ne, warte, ich muss EM... Was schmeiß ich weg? EMF, gell? Ne, was hast du noch? Warte, Taschenlampe brauch ich nicht. Ah, Zimmer, du musst dir mal eine bessere Taschenlampe mitnehmen. Du nimmst immer die Gurkentaschenlampe. Aber ja. Ach so. Das weiß ich nicht. Ne, alles gut. Ähm. Komm zu mir in den Raum und schluckt Pillen. Aber wir sind jetzt... Wir machen das jetzt erst fertig, oder? Wir gehen jetzt erst mal runter. Oh ja. Ach, scheiße, es war ja runter. Ich vergesse das hier. Ich sag dir nur, wenn er unter 50% ist. Okay, ich wollte einfach nur... Wir haben null. Aber noch kein... So, wie steht die Kamera? Ausgezeichnet. Schön, so, die... Das Ding kann man da auch hinschmeißen. So, jetzt hab ich hier Foto. Schreibe in das Buch. Bist du da? Also, Box hat der bei dir auch nicht reagiert, ne? Ach so, ne, warte mal. Doch, oder? Ne, ich... Du, ganz ehrlich, ich weiß nicht... Müsst du mir Sachen merken, gell? Ich weiß nicht, ob das Licht aus war. Mach mal... Das Licht ist nicht aus. Wir müssen... Ich mach aus. Du musst aber bleiben. Oh. Ja, ja. So. Tschüss. Oh, hier ist er grad durchgelaufen durch die... Opsi-Boopsis. Oh, sehr gut. Okay. Ne, das sind Dots, ja. Ja, ich verwurschtel das auch immer. Okay, ähm... Bist du da? Ich bin draußen, ne? Nur falls... Hörst du mich? Interessiert dich ja nicht so. Doch, das interessiert mich. Du bist draußen. Nein, nein, du bist einfach drin, dass du lebst. Das ist ja einfach... Ja. So, also wir haben Dots gesehen. Bist du bei mir? Bist du eine Frau? Bist du ein Mann? Ich seh Orbs. Wir haben Dots und Orbs. So, geil. Dots? Orbs? Gefrier hatten wir jetzt nicht. Ich seh Orbsis. Zeig dich. Schreib ins Buch. Sag mal, schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Ähm, was müssen wir denn noch machen? Salz. Ich bring mal Salz mit. Gehst du mit mir Eis essen? Ähm, Zimbo, hast du ne Kamera bei dir? Also ne Fotoapparat? Okay, dann würde ich jetzt Salz auslegen und du musst einmal bitte fotografieren. Oh, Entschuldigung, ich hab zweimal vergessen. Ah, Drommiger fragt, ob ich einen Twitch-Kanal habe, aber natürlich habe ich das. Und der Bot hat schon den Multistream einmal getroppt. Ja, der Chill Grizzly hat da sehr netterweise den Link getroppt. Danke. Okay. Warum hast du es richtig angemacht? Oh shit. Äh, das ist ausgegangen, aber das war nicht ich. Ne, alles gut, das war der Geist. Ähm. Bist du hier? Jetzt mal höher von dir. Alles gut. Ja, Fuß, nur der Fuß. Kein Schwarzlicht, gell? Äh, ja, ich, doch, ich, hier. Guck, mach schnell Foto, guck mal Foto hier, wir haben Fußabdrücke. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, und, ja, ist okay, reicht. Sorry, vielleicht ist das jetzt ein Teil. Ja, ich war, äh, zur... Ja, ne, alles gut, ich versuche jetzt nochmal hier. Fußabdrücke. Ja, hier auch nochmal, Foto machen. Äh. Ja, man sieht jetzt keine Fußspunde, aber du kannst davon... Genau, perfekt, reicht. Okay, ähm, so. Wir können... Aber schon mal, es ist kein Geist. Kein Gespenst, meinst du, oder? Na, sag ich doch. Du hast Geist gesagt, oder? Aber das ist sowieso schon ausgekraut, das ist es nicht. Ja. Gespenst. Kann ich 14 Bärte haben? Wofür? Zuschau, dann gibt's Bärte. Äh, ich hätte jetzt nochmal unten bleiben können, das war jetzt doof. Ähm, wegen Fingerabdrücke können wir nochmal gucken. Ich bringe nochmal eine Kamera mit. Er bewegt hier wieder den Schaukelstuhl. Ja, Foto machen? Ja, ich habe keine Fotos mehr, super. Okay, ich bringe noch eine Kamera, ich bringe sogar zwei Kameras einfach mal mit, easy. So, äh... Bist du hier? Hast du gerade den Stuhl bewegt? Du musst das Licht ausmachen, wenn du mit ihm sprichst. Ja, ich bin... Aber du, das ist mir auch... Irgendwer kommt dir mal rein und mach dir mal das Licht an. Ja, ich... Hast du gerade den Stuhl bewegt? Bist du bei mir? Oh, Roxy, hallo. Hallo. Ich nehme die Kamera. Der ist aber noch hier. Rede mit mir. Rede mit Roxy. Äh, okay. Warte mal. Äh, ich glaube Geisterbox macht der nicht. Mach dich mal bereit für die Kamera. Ähm... Wer nicht? Grim, ich darf eine Frage stellen, ne? Für Fingerabdrücke müsste ich jetzt wahrscheinlich die Tür oben zu machen oder so. Das macht mehr Sinn wahrscheinlich, oder? Äh, ja. Wenn man das bewegen kann. Ähm, bitte kommt raus. Soxie bis gleich 50%. Oh, hier war ein Fingerabdrücke. Ich geh mal an die Tür. Scheiße, okay. Ich muss zurück. Okay. Ne, hier, ich bin da. Hier, mach. Hier, mach. Wo? Ich seh nix. Ne, es war nur der Knauf. Der hat tatsächlich reflektiert. Entschuldigung. Ne, hier sind dann grüne Patschehähnchen da. Na ja. Gucken wir gleich nochmal. So. Guck mal gleich nochmal. So. Wenn er handelt, dann kriegen wir doch ein schönes Foto wenigstens. Nein, ist so vielchen. Ähm, der redet durch die Box bedienen. Also, man spricht einfach nein, man macht es ja, man spricht rein, man muss den Raum dunkel machen und dann spricht der Geist eventuell zurück. Genau. Oh, ich hab null. Wow. Ja. Wow. Weißt du, weißt du, aber ganz ehrlich, weißt du, was da dafür spricht, dass ich vielleicht schon wieder verflucht wurde? Wenn das so schnell droppt? Krim? Du warst aber schon in der Dunkelheit sitzen. Ja, das ist richtig. Der Geist ist aber auch nicht, aber der Geist ist auch nicht dabei, deswegen, das fällt schon mal weg. Ach, war das der Geist? Der Deogen, oder wie das heißt. Der Deodorant. Der ist... Darf ich zwei nehmen von diesem Pilgen? Natürlich darfst du. Ja, du hast sehr viel. So viel du möchtest. Ähm, Moment, ich muss noch mal gucken. Ich will Rucki auch noch was da lassen. Ne, alles gut, ich glaub, bei mir geht noch, ne? Ja. Es zählt der Durchschnitt, also du kannst ruhig nur meine schlucken, das ist vollkommen egal. Ähm, so, also was würden wir jetzt machen? Ich überlege jetzt grad, Fingerabdrücke würde ich jetzt nochmal gucken, da brauche ich dich zum Foto machen. Fotos? I make Fotos? Ähm, Salz haben wir? Ja, Salz haben wir auch schon gemacht, du könntest Räucherstäbchen sonst machen, aber ich glaube, dann hast du kein... Dann hast du aber... Dann müsstest du die Taschenlampe da lassen, aber die nimmst du ja, glaub ich, eh nicht. Das ist echt so ein Lehm am Limit. Ja gut, dann mach du gerne Räucherstäbchen. Achso, genau, dann reinige ich einmal. Und ich würde einfach jetzt... Aber... Ich brauch dich... Du hast noch Fotoapparat... Du hast Fotoapparat dabei, ne? Wow. Das war unangenehm. Das war unangenehm. Auf mich war's. So, ähm, wir gucken jetzt nach Fingerabdrücken erstmal. Ja. Mach die Tür zu und ja, grimm ich sag irgendwas, ne? War freilich. Und dann musst du einmal mit mir gucken. Ja. Komm her. Bewegt die Tür. Tu etwas. Ich mach aber Licht wieder an. So. Ähm, beweg etwas. Fas... Fasan. 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 Fasan deadass. Wo kann der denn überall Fingerabdrücke machen, grimm? Am Kühlschrank. Jeder Geist will am Kühlschrank. Da ist Bier drin. Also Lichtscholte und Türen. Okay, dann bleibt uns ja nicht viel. Mach das Licht aus. Gib uns ein Zeichen. Öffne die Tür. Bewegt die Tür. Das war doch wieder grad irgendwas, oder? Bewegt die Tür. Ach, der braucht es genauer. Bewegt die Tür von innen. Tja. Tja. Der steht draußen und runkelt am Schloss rum bestimmt. Also brauchen wir hier unten gar nicht suchen. Ich reinige jetzt erstmal. Ja, mach mal. Bewegt die Tür. Bewegt etwas. Ich habe, äh, gereinigt. Sehr gut. Mach das Licht aus. Bewegt etwas. Game-Syler sagt, ihr dürft nicht in der Nähe stehen und das Licht muss komplett aus sein. Ne, ehrlich, grimm. Grimm, sag, stimmt das? Bei Fingerabdrücken? Wenn wir ihn auffordern, Fingerabdrücke zu machen, muss das Licht dann aus sein? Muss nicht, ne? Na. Ja. Aber, ja. Das ist ja ganz normale Geisterinteraktion. Das macht etwas. Bewegt die Tür. Tromega X Roxy Gaming X. X Roxy X Gaming X. Entschuldigung. Ein X vergessen. Der schwierigste Name. Das ist ein Name mit drei X. Aber das hat nichts zu heißen. Bewegt die Tür. Ich verstehe das sowieso nicht mit den drei Xen, hätte ich gesagt. Ja, Tromega, komm zu mir. Bewegt die Tür. Bist du draußen? Ne, ich bin hinter dir. Achso, Entschuldigung. Ja. Bewegt etwas. Bewegt. Ne. Öffne uns die Tür. Sei unser Sklave. Butler. Okay. Ähm. Er hat's nicht dran gemacht. Ich weiß. Ich komm nicht raus, Mann. Ich bin dumm. Schaut's auf den Lichtschalter. Lichtschalter. Ufa, oder? Du hast grad Hand gesagt, dann guck ich doch nicht irgendwelche Lichtschalter. Was ist los mit dir? Mach einfach ein Foto, Zimmer. Mach Foto einfach vom Lichtschalter. Ich glaube, vielleicht haben wir auch einfach keine Fingerabdrücke, Grimm. Vielleicht liegt's auch daran. Du bleibst hier. Trommika. Oh, äh, es flackert. Das Licht flackert. Komm zu mir. Nein. Ich meine den Geist. Ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich weiß. Es tut so weh. Ich muss eigentlich meine Tasche Lärpe. Draußen. Die hast du ja hingeschmissen. Oh ja, ich weiß. Wenn du sie nicht wieder aufgehoben hast. Ähm, ja. Ähm. Oh. Symbu. Oh. Äh. Da war irgendwo links von dir ist der Spiegel. Da kannst du nicht rein, Symbu. Da kannst du nicht rein. Äh. Ist das wohl links? Ja. Ähm. Mach ein Foto von dem Spiegel. Und. Aber der braucht. Mach nur ein Foto. Lass den. Mach nur ein Foto. Der muss den doch jetzt nicht mehr nehmen, oder? Weil wir wissen ja eh, wo der ist. Okay. Äh, schwierig. Was haben wir denn jetzt noch übrig? Ähm. Gefrier hatten wir ja irgendwie nicht. Geisterbuch nicht. Hast du mal ins Buch geguckt? Kannst du mal ins Buch schauen? Ich geh nochmal runter. Äh. Hör auf den Meister des Bartes. Ich. Schreib ihm das Buch. Oh ja. Reingeschrieben? Oh oh. Oh oh. Hand. Ich glaub es war nur ein Event. Okay. War ein Event. Passt das mit dem Foto? Äh. Guck. Warte. Ähm. Es flackert immer und ich fotografiere einfach. Oh Geist. Ja du hast den Geist fotografiert. Wie hast du die Geist fotografiert? Ich glaube das Kreuz ist ein bisschen angebumst. Kann das sein? Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ne ist nicht schlimm. Ich seh es auf deinem Foto irgendwie. Ähm. So. Soll ich nochmal runter? Hi Dromiga. Dankeschön. Für dein Follow. Es hat geklappt. Ich versuch nicht so viel zu reden. Ja. Ich kann es nicht einhalten. Sag es jetzt schon. Vor allem wirklich. Gamester hat gesagt. Hör auf den Meister des Bartes. Und da kam das Event. Hör auf den Meister des Bartes. Echt so. Ähm. So. Lass uns einmal überlegen. Also Geisterbox war es jetzt nicht. Das hast du versucht. Ne. Aber ich hab das noch nicht versucht. Vielleicht sollte ich das auch noch einmal machen. Und EMF auch nicht. Äh. Und mach Geisterbox. Ja. Ich bin hier. Dann mach ich einmal das Licht aus. Ich bin hier. Er hat das Buch geschrieben. Oh geil. Okay. Ich mach trotzdem Licht aus. Bist du hier? Bist du ein Kind? Das ist eine Taille. Bist du alt? Wir haben es schon. Bist du traurig? Haben wir echt? Haben wir drei Sachen? Ja, ja. Na, wenn er das Buch geschrieben hat, musst du anklicken. Dann haben wir drei Sachen und dann sagt er es eine Taille. Ah, okay. Ich hab grad nicht auf dem Schirm, was wir noch haben. Ähm. Dots und Geisterorb. Ja. Hattest du gesagt. Ja, das stimmt. Äh. Geisterbuch. Ja. Taille. So. Aufhören bitte, Geisterbox. Das nervt mich. Ähm. So. Ja. Was müssen wir noch machen? Sanity wieder, ne? Sanity wieder, ne? Also wieder irgendwo verstecken und... Ey, wir können uns doch... Lass uns oben einen Gang verstecken einfach im... Also in dem... Oder nee, der war... Der war voll, oder? Mit Kartons. War der das? Ja, ja, genau. Ja. Im Kinderzimmer könnten wir neinschauen. Das links hier direkt, ne? Ich komm mit, weil dann... viel schneller. Ich nehm jetzt nochmal Räucherstäbchen mit. Mhm. Achso, warte mal. Kann ich den Geist noch fotografieren? Bringt das noch Punkte, oder? Kannst du versuchen. Du hast schon Fotos im Geist gemacht. Jaja, aber kannst du ja noch besser aussuchen. Also dann... Aber... Wir haben jetzt... Wir haben schon lang keine, ähm... hier... Skelettsachen mehr gefunden, ne? Irgendwie sind aber immer da. Achso, kann man Geister eigentlich auch irgendwie provozieren? Ich glaub, jeder Geist geht auf irgendwas ab. Nö, Name. Name ist auch... Name ganz viel sagen. Ähm... Welches ist denn das Kinderzimmer? Äh, links. Nein, zurück. Und dann rechts. Und dann links. Hier ist überall. Also geradeaus. Nein, nein, umdrehen. Also ich weiß nicht... Bist du schon da? Nein, andere Seite. Dreh dich um. Ich weiß nicht, wie viel Delay gerade ist. Geradeaus. Machen wir doch mal in den Lichtern. Du hast kein Licht, ey. Und dann... Wenn du vom Hauptweggang reingehst, links, dann wieder links... Ja, du bist richtig. Genau. Und jetzt links... Nein, du bist falsch. Grimm hilf ihm. Warte, ich hole ihn ab. Alles gut. Warte, ich hole ihn ab. Das ist der alte Mann. Das ist der typische, wenn sie sich verlaufen würde irgendwo. Äh, wo bin ich? Wo geht's zurück in mein Zimmer? Okay. Wenigstens hat er was an diesmal. Ja. So ist er. Irgendwie nennt sein Name, der selbstverständlich gemessen haben. Der heißt Manuel Neuer. Ne, ich weiß den Namen gar nicht. Warte, ich guck mal nach. Aber müssen wir den jetzt sagen? Thorsten? Thorsten! Thorsten ist sein Name. Thorsten! Komm her, Thorsten! Ey, wo steht denn der Name? Ich bin jetzt grad dumm. Warte mal, Überblick. Channel. Links oben. Ach da! Stacy Corrigan. Corrigan. Stacy Corrigan. Stacy Corrigan. Wir wissen, es habe ich ihm im Gesicht. Weil, äh, Symbols. Sag mal, sag denen mal, sobald ihr den wisst, weil wir wissen, was dann passiert. Ja. Wir wissen auch, was dann passiert. Stacy, komm her. Stacy! Wär's mutig genug, wenn wir rausgehen? Ich. Nein, ich bleib bei Hoxie. Äh, ich würde vorschlagen, du gehst raus. Du bist der berühmte Streamer, du musst neffen jetzt glauben. Ich bin der berühmte Streamer. Ich kann den Computer machen. Und du hast keine Gegenstände gesponsert. Ja, stimmt eigentlich. So ein Schmarotzer. Stacy! Du musst Richtung Keller gehen. Ja, ja, ist mir schon klar. Hallo Stacy, ich mach mal die Lichter aus. Nee, ja. So, 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 warte, ich muss noch mal gucken, wo ich hier, ja, ja, ja. Das hier die Tür auf, dann komm ich schnell rein. Aber du kannst auch aufräuchern. Nee, das ist verboten. Ich, oh, ich seh gar nichts. Ich seh auch nichts. Ich seh auch nichts. Oh, grimm, ich bin rausgegangen. Nein, der dumme Zimbo war's. Der dumme Zimbo war's. Nein, ich hab die Tür auf. Hey, hallo, ich will nur zu euch dann rein. Das ist verboten. Ähm. Ja, kannst du hier, kannst du hier. Ich bin raus. Oh, er handelt. Okay. Ja, dann sollten wir ruhig sein, zusammen. Warte, mach die Tür auf, ich mach zu. Ach, schluss bist du, dann komm rein. Ja, das ist der Geist. Oh, er schafft's nicht. Dein Schlapp ist an, oder? Ich hab keine. Okay. Wir sind auch im Durchschnitt unten, das heißt, wir können es dann gleich. Wir können rausgehen. Das ist vorbei. Räucher, räucher. Sehr gut. Ich save unseren Rückweg. Sehr gut. Ihr habt jetzt beide gemeinsam auf Profi eine Runde durchgemacht. Einmal zwei. Sehr gut, Simbo. Geil. Wow. High five. Stream high five. Ja. Sehr gut. Ich finde das übrigens sehr gut. Die Ansagen haben gepasst. Ich wusste, was ich tun sollte. Oh, ich hab die Ansage gemacht, oder? So funktioniert jetzt dieses Spiel, ja. War ich das? Ich weiß nicht, hab ich hier aufgepasst. Oh, hab ich angekreuzt? Ja, Taie, doch, ja. Taie, Taie. Oh, Simbo, ein Prozent. Oh, ich hab drei Prozent. Oh, Grimf, 51 Prozent. Woran könnte das liegen? Ja. 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 Ja.